Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Tipps und Tricks mit mir nehmen wir gleich. Ja, wir haben hier jetzt die Aufgaben von Weltentreffen aufeinander abgeschlossen. Dadurch habe ich den Rissreiter bekommen, der sieht ziemlich cool aus. Das Teil werden wir gleich mal aufklappen. Schauen wir uns mal an, wie das dann aussieht. Geil, absolute Hammer. Wir haben auch gleich noch ein Gameplay hinten dran. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen Wii-Bug drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Prestige-Missionen an. Benutze weitere Risse, Truhen in Risszonen und eliminiere Gegner bei dem Wikinger-Dorf. Alles klar. Ja, da würde ich sagen, dann machen wir das jetzt mal mit dem Rissgleiter. Die sieht auf jeden Fall cool aus hier. Katalyst Schneesturm. Das ist die Belohnung von den Prestige-Missionen. Das Outfit hier, der Style. Mega geil. Ja, da würde ich mal sagen, auf ins Gameplay. Ja, jetzt machen wir den mal auf hier. Sehr leise. Auch das Öffnen des Gleiters sehr leise. Ist gut. Hört man den nicht so weit. Sieht auf jeden Fall cool aus, das Teil. Wir gucken jetzt mal, wie der von oben aussieht. Von unten. Ziemlich cool. Nochmal aufmachen. Ja, benutzen wir hier noch den Riss. Geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da rum. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal an 1, wie er heißt. Fortnite. Tipps und Tricks mit mir immer gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.